Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt mir niemals, was Anna und ich heute gefunden haben. Wir waren heute Mountainbiken und auf einmal kamen wir an diesem mysteriösen See an. Denn in der Mitte des Sees soll laut dem Internet etwas Wertvolles versteckt sein. Und die einzige Möglichkeit, dort hinzukommen, ist mit diesem hölzernen Ruderboot dort hinten. Anna möchte den Anfang machen und Leute, es sieht echt nicht sicher aus. Ein Panel gab's auch nicht, deswegen mussten wir diesen Holzfall benutzen. Wir hatten echt Angst zu kentern. Aber dann kamen wir Gott sei Dank an. Und haben uns auf die Suche gemacht. Aber zuerst konnten wir nichts finden. Bis ich dann in dieser Kule was entdeckt habe. Was wir dort gefunden haben, seht ihr jetzt in meiner Story und später hier auf TikTok.